Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute darf man Sie einladen zu ein paar Sternstunden. Das ist nämlich das Thema der 10-jährigen GOP-Festtagszeitung, die neben vielen Tipps, interessanten Angebote und Ideen Anna Grat-Trenn vollständige, raffinierte Menüvorschläge für Ihr Festessen enthalten. Einmal mehr ist aber der schönste Beitrag von GOP-Festtags, reichhaltige Angebote in Ihrem GOP-Laden, denn das übertrifft sogar die Festtagszeitung. Bekannte Häppchen und feine Vorspeisen, die den Appetit wecken, aber nicht satt machen. Fleisch oder Flügel, feines Gemüse oder die beliebten Kriegsspezialitäten. Eine reichhaltige Käseplatte, das ist der schönste Abschluss vom Festessen. Probieren Sie doch aber auch mal ein wenig ungewohnte Sorten aus dem grossen GOP-Angebot. Und wer nach dem Kaffee gerne etwas Süsses hat, bitte, auch da finden Sie bei GOP, was das Herz begehrt. Soweit also das GOP-Festtagsangebot. Auch die Studienküche hat heute ein gesundes, festliches Essen für Sie ausgesucht. Wir kommen zum GOP-Rezept von dieser Woche. Ja, und wir dürfen uns jetzt schon von Ihnen verabschieden. Das Untergott-Tubel, das ich Ihnen für die Feiertung vorschlagen möchte, ist nach der Niedertemperaturmethode gemacht. Es geht zwar ein bisschen länger, aber das Fleisch wird viel besser. Ein Untergott-Tubel mit Erdnussöl einpinseln. Mit Pfeffer würzen und in einer Gratinform in den Ofen schieben. Das Hitze stufenweise reduzieren und das Fleisch 45 bis 50 Minuten garen. Für die Sauce Bärnese, Weisswein, Echalotte, ein bisschen Essig und Gewürz auf die Hälfte reduzieren. Das heisst, einkochen. Durch einen Sieb in einen Wasserbad-Pfennchen gießen. Eingelder zugeben. Und dann gut schlagen, bis eine so sämige Creme entsteht. Ganz zum Schluss eiskalte Ankenflöckchen in der Sauce schmelzen lassen, mit Salz und Estragon abschmecken. Und dann die Sauce Bärnese zum tranchierten Fleisch servieren. Das genaue Rezept und die Kochangaben stehen in der Koop-Zeitung dieser Woche. Ich wünsche Gute. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Koop, Koop-Salami, Tipo Milano und Nostrano, 100 g für nur 2,40 g. Kanadische Rauchlachs, Zeiten an 500 bis 800 g, vorgeschnitten, 100 g nur 3,90 g. Zweifelpombechips in der Familienpackung, Natur oder Paprika, statt 4,95 g nur 3,90 g. Goldstarpombe Duchesse, 370 g, statt 2,95 g nur 2,40 g. Mondialfruchtkonserven, Bire, Pfirsich, Cocktailfrüchte und Ananas, 60 g günstiger. Clementinen aus Spanien, das Netz an 1 kg für nur 1,50 g. Auf Wiedersehen.